ja willkommen zurück er ist so eine szene gewesen wo ich sehr waghalsig an mehreren panzern vorbei bin und dann innerhalb von der t95 übrigens der ist auf mich abgesehen hat jetzt muss ich gucken dass ich hier irgendwie an dem vorbeikomme ja der t95 kassiert schon und jetzt kommt die spielszene die ich meinte einmal zweimal der verschießt dreimal einmal rammen schießen die 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 sprachnachrichten kam gar nicht mehr hinterher einfach mal drei kills innerhalb von keine ahnung fünf sekunden oder so und jetzt stehe ich hier hinterm rack t95 will mich haben lade nach kann dem noch drei mit geben wird dann aber rausgenommen alles klar kann dem noch drei mit geben wird dann aber rausgenommen alles klar wir sehen uns